Wie um alles in der Welt schaffen es manche Redner bei Vorträgen, bei Kundenpräsentationen, wie schaffen die es sofort, dass das Gegenüber, das Publikum, an den Lippen klebt, dass es dabei ist dann die nächste halbe Stunde beim Vortrag? Und wieso lösen manche Rednerinnen oder Redner das hier in uns aus, im Publikum? Dass man wegschneicht, obwohl doch alle gut vorbereitet sind. Darum geht es in diesem Video. Lösung Nummer eins schon mal vorneweg, Emotionen sind das Zauberwort. Nur Reden, nur Informationen vermitteln reicht nicht. Du musst es in Emotionen verpacken. Und das ist schon eine Antwort auf die Frage von Lisa aus der Community, die mich erreicht hat. Übrigens, wenn du Fragen hast zum Thema Präsentation, Rhetorik, wie du den Unterschied machst zu 95% aller Redner, die sich viel zu wenig Gedanken machen, dann schreib hier gleich in die Kommentare, dann helfe ich auch dir dabei, wenn du mir dein Problem schickst. So, also wie machst du es besser? Wie schaffst du es, dass dein Publikum, egal ob das eine Kundenpräsentation ist, vor Kollegen, ob ein Referat in der Schule, dass du ja, wenn man ehrlich ist, für den Lehrer hältst. Wie schaffst du es, dass die ab der ersten Sekunde an deinen Lippen kleben? Durch Emotionen. Beispiel Nummer eins. Funktioniert für dich auch, wenn du jetzt dieses Beispiel hörst? Besser, wenn einer sagt, hallo, in den nächsten 30 Minuten referiere ich über das Thema Vererbungslehre. Oder funktioniert besser, wenn einer sagt, hallo, in den nächsten 30 Minuten verrate ich euch, warum euer Nachbar so hässlich ist. Dann lässt du eine kurze Pause für die kleine Reaktion im Publikum deiner Zuhörer. Es wird ein Lacher dabei sein, weil es natürlich ein frecher Einstieg ist. Zweimal das gleiche Thema. Einmal langweilig, nicht falsch, aber langweilig sachlich, nur geredet, nur die Informationen vermittelt. Und beim zweiten Beispiel hast du eine Emotion ausgelöst. Denn was passiert im Kopf deiner Zuhörer? Jeder denkt sofort an seinen Nachbarn oder seine Nachbarin, wenn die besonders hübsch ist. Ja, diese Transferleistung kriegt dein Publikum natürlich hin. Du hast das schon mal gehört wahrscheinlich. Es gibt so zwei Gehirnhälften. Die eine ist eher so für die rationalen Dinge zuständig, für die reine Information und die andere für die Emotionen, für die Bilder. Diese Gehirnhälfte wollen wir ansprechen. Du musst jetzt keine Sorge haben. Du musst jetzt kein Drehbuch schreiben, 30 Minuten ein Feuerwerk an Bildern erzeugen. Aber es funktioniert. Denn Bilder erzeugen Emotionen. Das berühmte Theater im Kopf, das wir Moderatoren bei jeder Moderation im Radio, im Fernsehen machen. Denn was passiert, wenn wir es nicht schaffen, in den ersten zehn Sekunden unseren, in dem Fall Radiohörer, im Programm zu halten? Wenn die Musik aus ist, er schaltet um, wo der nächste Song läuft. Das heißt, ich habe nur zehn Sekunden. Und dieses Handwerkszeug gebe ich dir gerne an der Hand. Hier in meinem YouTube-Kanal Wissen, das nicht in Rhetorikbüchern steht, das praktische Wissen von uns Moderatoren für dich angewendet, damit du im Gedächtnis bleibst als Redner. Also einfach den Kanal abonnieren. Ich habe noch ein anderes Beispiel für dich. Wird viele betreffen, die Präsentationen halten müssen, die ihnen vielleicht aufs Auge gedrückt wurden. Beispiel, der Angestellte. Wenn der Chef sagt, hier kümmere dich mal um das Projekt. So, und da ist es ja oft furztrockene Materie, die du vorstellen musst. Und hier ein Knallerbeispiel. So pepst du jedes trockene Thema auf und bringst Emotionen rein. Es muss nicht am Anfang des Vortrags sein, du kannst es auch in der Mitte haben. Ich mache jetzt mal das Beispiel für den Anfang. Du stellst dich hin vor die Kollegen, wahrscheinlich 8.30 Uhr. Keiner hat Lust, so früh morgens dir zuzuhören, wie du über irgendein Projekt referierst. Wenn du dich aber hinstellst, ein Foto hochhältst, mache ich gerade hier im Video für alle, die das als Podcast nur hören. Das ist ein Bild von Giselle Bündchen. Du stellst dich also hin, hältst ein Bild von Model Giselle Bündchen hoch oder wenn du mit PowerPoint arbeitest, ist das dein erster Chart, deine erste Folie. Du sagst, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, in der nächsten halben Stunde geht es um dieses Model. Es geht um Giselle Bündchen. Dann lässt du die Pause. Jeder denkt, hä? Was? Giselle Bündchen? Was ist jetzt los? Das heißt, Effekt Nummer 1, du hast bereits die Aufmerksamkeit. Effekt Nummer 2, du hast eine Emotion geweckt. Gerade beim männlichen Publikum, jeder schaut das Foto von Giselle Bündchen an. Und dann sagst du, ja, es ist erwiesen, jedes Unternehmen, das Giselle Bündchen als Werbeikone hat, hat den Umsatz extrem gesteigert. Es gibt sogar in der Fachpresse den sogenannten Giselle Index, so wird er genannt. Gut, jetzt können wir uns in unserem Unternehmen hier keine Giselle Bündchen leisten. Wir haben die 10 Millionen nicht, die sie vermutlich kostet. Aber das Projekt, das ich euch jetzt vorstelle, diese Maßnahme, die ist unser persönlicher Giselle Index, unsere persönliche Giselle. Denn diese Technik, dieser Prozess, den ich euch jetzt vorstelle, wird unseren Umsatz ankurbeln und unsere Kunden noch zufriedener machen und dadurch besser an uns binden. Bäm! Merkst du den Unterschied? Beispiel 2, der Giselle Index. Du hast eine Emotion geweckt. Du hättest dich natürlich hinstellen können, wie es 95, wahrscheinlich 98 Prozent aller Menschen tun, tagtäglich in den Unternehmen und sagen, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stelle euch jetzt die Maßnahme vor, die unseren Umsatz ankurbelt und die Kundenzufriedenheit steigern soll. Bitte nehmt euch die 30 Minuten Zeit, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Oder du arbeitest mit der Emotion, wie hier mit Giselle. Von diesen Beispielen, wie dem Giselle Index, gibt es Tonnen, gibt es Dutzende in meinem großen Kurs faszinieren, anstatt nur zu präsentieren. Infos auch unter diesem Video. Aber mir ist wichtig, dass du jetzt sofort anfängst. Dein vermeintlich langweiliges Thema, das geht für Selbstständige bei einer Kundenpräsentation ja noch viel besser, wenn du über dein Produkt, über deine Dienstleistung sprichst. Ich möchte, dass du anfängst zu überlegen, wie kann ich denn mein Thema anders verpacken? Wie kann ich eine kleine Geschichte darum stricken, wie wir Moderatoren sagen? Und dann hast du eine Emotion ausgelöst und dann kommt deine Botschaft an. Wäre doch schade, wenn sie verpufft, weil du dich inhaltlich sicher sehr gut vorbereitet hast. Also Beispiel 1, warum ist der Nachbar so hässlich oder so hübsch? Beispiel 2, der Giselle Index. Zwei Beispiele, wie du ein langweiliges Thema aufpeppen kannst und so nicht nur irgendwas redest. Reden allein reicht nicht, ist der Titel des Videos, sondern du brauchst Emotionen, um deine Botschaft drüber zu bringen. Wenn du dir mehr Videos wünschst in dieser Richtung, schreib dir bitte auch das in die Kommentare, wie dir diese Beispiele weitergeholfen haben. Wenn du sie einsetzt, bitte lass uns hier zusammen helfen. Mehr Feedback, dann kann ich noch bessere Videos machen, die genau deinen Wunsch und dein Problem lösen und deinen Wunsch abdecken. Daumen hoch bitte für dieses Video, wenn es dir gefallen hat und ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und es gerne auch weitererzählst, dass es hier kostenfreien Content gibt, den es so in Rhetorikbüchern nicht gibt. Bis zum nächsten Mal. Danke für deinen Daumen und ein Abo.